Leute, heute spielen Ben und ich verteidige den Villager. Das hier ist unser Villager, den wir verteidigen müssen. Das hier ist Ben und Ben hat ein Maschinengewehr. Unsere Base ist schon so gut wie fertig. Und wir müssen hier sieben Wellen von Zomberoni Donis kriegen. Ich habe alles geschafft. Nee, hier ist noch ein Zomberoni. Ich bin fertig, ey. Wir haben auch zwei unterschiedliche Kids. Alter, hier ist was. Oh mein Gott. Ich bin das Standard-Kit und Ben ist die Sniper-Rifle. Aber for real. Ich habe ein Schwert mit Schärfe, eine geile Rösie aus Eisen und auch ein bisschen verzaubert. Ich wollte dich, auch dich. Das ist eine gute Frage. Wir sollten mehr unsere Base benutzen, denn wir haben hier Verteidigungsmechanismen. Ja, das stimmt, das stimmt. Guck mal hier, unsere Base von außen. Sie sieht richtig cool aus. Maschinengewehr. So, okay. Jetzt hole ich sie mal ein bisschen hier rüber. Bei der Seite ist auch was, Elina. Stimmt, hier ist noch was? Nee, ich meinte hier ein Turm. Was ist das? Hier ist ein Verteidigungsturm. Ah, das sind Pfeile. Das ist heftig. Okay, warte. Wir müssen die ganze Base... Ich habe nur einen Meter, bringen mir ja nichts. Shootingdeck. Oh Gott. Wir haben Welle zwei geschafft. Mit der Hand gewonnen. Hier sind wieder diese Heilungsfeile. Hier sind wieder diese Heilungsfeile. Ich sterbe. Scheiße, Scheiße. Ben, die sind überheftig. Ja, die kommen ja nicht durch. Wir haben hier ein Riesenproblem. Was haben wir hier? Alter, die sind überstark, Ben. Lina, unsere Türen sind auf. Du hast die aufgemacht. Ich habe sie nicht aufgemacht. Bin da nie reingegangen. Ich kenne diese Tür nicht. Ja. Zack. Das war knapp, Alter. Was hast du verloren? Oh, stimmt. Wir müssen ja auf unseren Willi aufpassen. Ja, ich weiß. Das habe ich auch gesehen. Aber das bringt so gut wie gar nichts. Das bringt übelst viel. Aber die sind im toten Winkel. Ja, ja. Das müssen wir jetzt gleich machen. Jetzt müssen wir es machen. Pass auf. Alter. Das sind ultra... Wie gut, dass ich einen OP-Apfel habe. Sonst würde ich hier direkt drauf gehen. Was sind das viele? Wie viele Zombies sind das? Und warum sind die so schnell? Ich brauche einen Apfel. Ich brauche einen Apfel. Apfel. Apfel schnell. Lina, die springen in die Base ran, glaube ich. Scheiße. Wir müssen den Villager verteidigen. Der stirbt. Ich bin tot. Der Villager? Sind hier welche unterwegs? Nee. Hier sind keine. Alles gut mit Willi Heimer. Dem geht es gut. Dem Bré. Wie geht es dir nicht gut? Die sind tausend Zombies. Okay. Ich glaube, ich habe bei der anderen Seite leider noch ein paar Zombies leben lassen. Ich glaube wirklich, diese Dinger oben, das ist am krassesten, diese Türme oben. Okay. Verteidigungstürme. So, zack. Den Zombie habe ich erledigt. Und den hier habe ich auch erledigt. Dann holen wir uns jetzt mal kurz einen Apfel. Und Welle 4 ist auch. Ich mache jetzt diese Verteidigungstürme. Level 1 bis 5er Zombies. Oh Gott. Die können ultra hoch springen. Oh Gott. Das sind so viele Zombies. Wie sind das denn? Und hier rechts ist auch noch ein Creeps. Hier rechts ist ein Creeper einfach. 200, Elina. Wir sind gerade mal bei Welle 5. Ja, aber das heißt ja, wir haben es gleich geschafft. Weiß ich jetzt nicht. Dauert noch ein bisschen. Oh, schnell abfüllen. Oh Gott. Die fliegen jetzt alle. Was ist jetzt denn los? Die können richtig hoch springen. Was ist hier? Ich habe da so reingeschutet mit den Fallen. Oh, scheiße. Egal. Nur noch 78. Wir haben schon zwei Drittel gefetzt, Alter. Okay. Wir müssen Willi kurz angucken. Ob es dem noch gut geht. Willi so. Ich bin sehr sicher, die Base. Hast du schon jemand Gedanken gemacht? Ja, das stimmt. Die habe ich natürlich vorgebaut. Aber das wäre echt voll eine Idee. Ich könnte ja einen Livestream machen, wie ich so eine Base baue. Und dann müssen wir die defenden. Ist doch echt eine Idee. Geil. Also Seite bei bei meinem nächsten Livestream. Hammer. Ne, warte. Da ist noch einer. Schlachtet. Oh, scheiße. Hier leben noch welche, Ben, an der Seite. Hier ist einer richtig nahe durchgekommen. Aber die Kakti haben ihn weggehalten. Das schaffst du schon, Elina. Das hier ist Welle 6. Okay, das wird jetzt... Well, das haben die auch Golems. Das wird jetzt ein heftiger Lag. 600, Elina. Es laggt so ultra. Es laggt heftig, aber es geht. 600. Die Zombies sind drin. Die Zombies sind drin. Nein, nein. Die sind doch nicht drin. Doch, doch. Oh, ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Achtung. Ich muss hier durch. Ich bin tot. Die sind auf jeden Fall drin, Elina. Nein, 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 nein. Wir müssen zum Villager, wir müssen zum Villager. Hinter dir. Hab ihn doch, Elina, beruhigen Sie sich. Okay, hast du hier? Nein, nein, nein. Hab ihn, hab ihn. Wir müssen hier oben. Wie kommen die hier rein? Wir kommen die durch. Da unten? Da unten kommen die durch? Die Türen sind da... Ringelt, Elina. Nein. Moment, ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Ich muss gegen Zombies kämpfen. Ich muss einen Nachbarn nehmen. Das Paket geht ja jetzt hier nicht anders. Geht jetzt... Keine andere Möglichkeit. Ich glaube, ich habe das im Griff. Hey, wir sind da ganz cool. Wir sind auf 24, 23, 17, 16, 15, 15, 15. 13, 13, 9, 8, 7, 6, 5. Ich wollte nur sagen, dass du auch eventuell an dein Paket gehen kannst. Okay, tschuldigung. Aber es beginnt die neue Welle direkt. Nein, nein, nein. Ich kill den letzten nicht. Ja, der hat gestürzt von Zed. Nein. Oh, scheiße. Er stirbt. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Ich esse gerade noch schnell meinen letzten Goldapfel und stelle mich einfach zu Willi Heimsen. Oh Gott, oh Gott. Und wir hoffen... Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh nein. Sie kommen alle nur durch die rechte Tür. Gut, Slack ein bisschen. Nein. Ja, ja. Sieht sehr gut aus. Scheiße. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ich bin da, Lina. Ich bin ein Problem. Die nächste Welle ist losgegangen. War eine länge Zombie ist da irgendwie, Lina. Oh, Slack zu Ultra bei mir, dass ich nichts machen kann. Mir geht's, Lina. Du musst dann besser einen PC gerufen, ey. Du musst mal ein bisschen hier den Lüfter ansturbeln. Jetzt geht's auf, nachdem ich hier aufgeräumt hier habe. Aufgeräumt in der Wohnung, sagst du? Ja, ja, ja. Ich hab ein bisschen mein PC in Staub. Okay, ich mach links, du machst rechts. One-Hitte. Wirklich jeden, ne? Das ist schon ein kleines Stück. Ja, ich auch. Ich... Ah? Ne. Alles gut. Ich dachte, unser Villager geht es nicht gut. Ein Zombie ist in der Nähe. Zehn Blöcke in der Nähe eines Villagers? Ne. Alles gut. Ist doch niemand. Aua. Was ist denn das? Gibt's hier einen Guardian oder was? Weiß ich nicht. Ich kämpfe neben dir. Hä? Wir kriegen Schaden, Ben. Ich nicht. Doch, ich krieg Schaden. Hast recht. Ach, war jemand in der Nähe vom Villager? Aber zehn Blöcke. Es könnte die sein, die wieder gerade angreifen und weghauen. Scheiße, ey. Welle sieben, komplette Damente. Wir haben die Welle sieben... Modifikation, es wurden freigeschalten. Zeit sieben... Oh, ich hab da gerade mein Schwert weggeschmissen. Begrenzte Leben, begrenzte Schwierigkeit. Wie viele Wellen hatten schon Maximum? Unendlich Wellen. Guck mal, das kleinste Zeitlimit ist zehn Minuten. Wir haben es in sieben Minuten geschafft. Modifier has been unlocked. Have fun playing around with a new feature. Modifier. Wo ist denn der Modifier? Modifier, Ben! Hier sind die Modifier. Oh mein Gott. Ach so, ich dachte, das sind die, die ich gerade vor Augen lesen habe. Nein, nein, die sind hier. Diese Halle hat sich geöffnet. Okay. 360 Mode. Zombie greifen von allen... Oh mein Gott. Alle Zombies greifen von allen Seiten an schnellere Zombies. Ohne Spinnnetze, das ist unschaffbar, glaube ich. Nuclear Missile jede Minute. Das klingt gut. An. Guck mal, hier kann man Team-Mode machen. Also wir gegeneinander. Finde ich eigentlich ganz geil. Soll ich Zombie? Wer ist denn einer von uns Zombies, John? Ich bin Zombie. Zombie. Okay, ich bin ready, Bombetti. Bist du auch ready, Bombetti? Ja. Okay, Leute. Wir haben jetzt ein Modifikationes aktiviert. Und zwar ist Ben jetzt hier der Verteidiger. Und ich bin ein Zombie. Aber ich wonn hätte dich ja gar nicht. Soll ich ihn jetzt mit meinem Kitten killen? Jetzt geht's ab. Wir müssen jetzt nämlich... Oh, scheiße. Da sind wir erst mal... Hast du jetzt auch OP-Goldäpfel, oder was? Ja, ich hab immer noch mein Kit. Gar kein Problem damit. Hey, wie soll ich ihn nicht da killen jetzt? So, okay. Wo ging's hier lang? Hier ging's unten lang. Richtig. Rektik. Okay, kann ich deine Base auch kaputt machen? Ah, das wäre ja auch zu cool gewesen. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ey, Ben, hör auf, mit den komischen Kanonen hier rumzuspielen. Habe ich dich getroffen? Ja, ja, mega, ey. Ey, was machen sie da? Gehen sie weg. Ich schlag dich. Ich schlag dich. Nein! Alles klar. Help, I'm about to die. Scheiße, ich muss... Ich brauche jetzt zehn Sekunden, bis ich wieder da bin. Oh, da blende ich mal die Runde, ne? Hä? Nuclear Missile. Ach so, das haben wir auch noch aktiviert. Eine Atombombe. Wo landeten die jetzt? Ähm, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Hä? Oh, ich seh sie. Ich seh sie. Ich hab sie gesehen. Der Boden. Ich seh sie nicht. Hä? Ich hab sie gesehen. Unter mir? Ja, sie war sowas von hinter dir. Ich kille erst mal die Zombies, Elina. Ah. Hast du erst mal Zeit, ne? Ja, ja. 17, 16, 15, 14, 13. Warte, wie du deinen ganzen Kollegen hier sterben lässt, Elina. Weiß ich nicht, was ich davon anschaue. Die müssen da alleine klarkommen. Hey! Ich greif ihn an, 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 ich greif ihn an. Aber du kriegst einen Herzschlag von diesem Hund. Nee, du kriegst einen Herzschlag. Hast du sonst keinen? Kann sein, dass du den Schwierigkeitsgrad höher gestellt hast. Die wandte doch nicht mehr alles. Hab ich eigentlich nicht. Oh oh. Oh oh, was ist das für ein Sound? Schon wieder eine Atombombe. Oh, sie kommt da runter. Seht ihr das? Da kommt die Atombombe. Hoffentlich auf euch. Drei, zwei. Oh Gott. Wow. Die Explosion war heftig. Ich bin blind und alles radioaktiv verseucht oder so. Echt? Du bist blind? Du bist eine Blinse. Hör ich die überhaupt, sag mal? Elina. Ja. Ja. Ich hab den Villager getötet. Ich hätte erst dich killen sollen. Die Zombies waren eh keine Gefahr. Okay, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Wir haben erfolgreich als Zombie diese Base zerstört. Leute, ich hoffe... Also zerstört ist ein neues Wort, ne? Falls ja, deswegen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und haut rein, Leute. Ciao.